einen wundervollen montagabend direkt hier rein am 30 september fast oktober meine lieben lieben ich hoffe ihr seid alle gut in die neue woche gestiegen gestartet natürlich ja heute finden wir uns hier wieder zusammen wir wollen ein altes thema was heißt ein altes thema aufrollen neu aufwiegeln weil die jenny doch einiges noch zu sagen hat neu auszupacken hat neu aufzurollen hat also wir hatten das thema hier noch nicht auf dem kanal ja aber du hattest es quasi in deinen lives heute morgen ja und das packen wir jetzt hier mal quasi in einen podcast brand new in einer video podcast ja was hast du denn zu sagen soll man jetzt hier einfach interview führen nein also so meine neueste was heißt meine neueste erkenntnis ich habe mir so die letzten zwei drei vier fünf jahre revue passieren lassen muss ja sagen wir sind ja im ortsunabhängigen vertrieb tätig nenne ich jetzt mal wie alle wissen und für uns ist das thema schon seit sieben jahren mindestens aktuell weil bei uns in der branche ist einfach gang und gäbe ist dass die leute auswandern also es gibt super viel also unsere ablehn zum beispiel wohnt in dubai es gibt leute die leben auf madeira oder ist es dann nordzypern richtenstein überall da wo schnickig schnackig steuern steuern sparen also kurzum bei uns in der branche gibt es super super viele auswanderer die einfach moment ich muss mich korrigieren nicht um zu steuern zu sparen sondern einfach ein mediterranes klima zu genießen ja doch tatsächlich also gibt auch welche die nach thailand bali und so weiter auswandern oder da also wir haben auch ganz viele digital nomades die wirklich weltreise machen mit so einem camber um die welt reisen oder auch mit flugzeug also bei uns ist das gang und gäbe und total normal so aber wenn man über solche themen vor sieben jahren wo wir angefangen haben auch noch vor fünf jahren wenn man über solche themen mit sage ich mal in anführungszeichen normalen oder sagen wir mal normal berufstätigen oder nur normal berufstätigen in der freien wirtschaft gesprochen hat dann war das so ein augenrollen und naja also wenn man meint und ob das gut geht und keine ahnung was und deutschland ist ja das paradies und deutschland und 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 wie gesagt bei den leuten ging es einfach darum dass halt lieber am meer leben wollten mehr lebensqualität mehr lifestyle haben wollten also ich sag mal so steuern sparen eigentlich so generation set sage ich mal themen und es sind tatsächlich auch viele junge leute die mit uns arbeiten ich hatte zum beispiel ein call mit jemand die war in neuseeland einfach und ja war das seit zwei jahren in neuseeland work and travel also auch solche sachen gibt super oft also wie gesagt für uns in die themen normal aber mir ist aufgefallen wirklich so vermehrt in den letzten zwei jahren dass ich dieses thema auswandern wirklich in unserem umfeld immer öfter höre wirklich von freunden bekannten nachbarn familie keine ahnung also wirklich menschen die sage ich mal mit dem vertrieb sowieso gar nichts zu tun haben und nichts zu tun haben wollen oder vielleicht noch wollen die einfach ein ganz normalen job haben und die wirklich alle auch immer mehr darüber nachdenken ob sie nicht hier alle zelte abschlagen auswandern die tatsächlich wirklich überlegen wo kann man hin wo hat man welche wo gibt es welche schulen also bildungssystem medizinische versorgung also die themen die man so hat und es ist halt krass wie viele leute es ist irgendwo schon erschreckend wie viele leute darüber sprechen in den letzten jahren wie gesagt für uns kein neues thema weil seit den letzten drei jahren vermehrt bei uns kollegen einfach wirklich tatsächlich auswandern es gibt so viele leute die wirklich in dubai und sonst wo leben aber ja für mich so ein bisschen verwunderlich dass jetzt halt wirklich jeder über dieses thema spricht also für mich ist es immer weniger verwunderlich ich weiß nicht packen wir hier im podcast irgendwann mal auch die politik keule aus und schimpfen auf die hiesige nicht nur lokalpolitik sondern landespolitik beziehungsweise bundespolitik es ist einfach nur ein witz egal welche partei ich finde ja gar keine partei irgendwie herausragend herausragend gut oder dass sie irgendwie großartig was bewegt außer sich selbst die tasche voll zu machen das sage ich so wie es ist weil keiner hat weder von dem blauen noch von den schwarzen oder wie sie alle heißen die parteien bei der diätenerhöhung im bundestag dagegen gestimmt die haben sich alle schön die tasche voll gemacht und haben wahrscheinlich nein nein ich nehme das ganze geld doch ja mit dem wein und mit dem lachenden auge ähm ja also man sieht es auch was hier im mittelstand passiert mittelstand trägt das ganze ähm auch der wohlstand ähm in dem ganzen land das produzierende gewerbe wir haben ja hier in der region die bsf ein riesengroßer chemiekonzern der regelmäßig in letzter zeit in den in den medien zu sehen war ein siebtel beim personalabbau die nächsten jahre ähm auslagerung der geschäfte vermehrt oder fokussiert nach china und in die vereinigten staaten warum funktioniert dort günstige energie ja ja da braucht mir auch keiner um die ecke zu kommen und sagen die energie ist doch so günstig hier in deutschland und ähm wir kaufen keine energie ein wir können sogar energie in spitzenzeiten rausverkaufen in die eu bla bla blub wenn es denn so wäre wenn die energie so günstig wäre für das produzierende gewerbe hier also chemie entsprechend oder auch die stahlindustrie die haben sie auch kaputt gemacht sukzessiv ähm ähm braucht man sich nicht zu wundern dass die leute sagen äh allein wirtschaftlich dass man deutschland durchgespielt hat und das nächste level kommt weil irgendwo will man sich selber absichern man will in zufrieden leben es ist ja ein gesamt es ist ein gesamtkonstrukt es ist die sicherheit neulich kam auch wieder das ranking raus die sichersten länder länder in der eu oder die sichersten staaten beziehungsweise auch städte wenn wundert's ich glaube ganz oben mit dabei kroatien mit am sichersten was auch heißen soll abends noch vor die tür zu gehen sich zu vergnügen mit seinen freunden bekannten verwandten familie ähm und das sind halt eben alles so sachen ich weiß nicht ob es irgendwie aus dem zusammenhang gerissen war oder aus dem aus dem interview wenn selbst ein toni groß gesagt hat weltfußballer also nicht weltfußballer sondern fußballer und weltmeister und dies das ähm dass er doch lieber in spanien bleibt und die tochter hier halt eben nicht abends rauslassen will also mit mit guten gewissen ähm spricht das ja auch bände ne und ich meine was verschließt sich da die politik die augen davor es gibt statistiken die kommen selbst von der regierung ja diesen ausgewertet diesen schönen grafen gepackt mit untertiteln mit unterpunkten aber keiner sieht sich verpflichtet irgendwie was zu machen was soll noch passieren ja natürlich hört man vermehrt hier da eine attacke dort eine attacke es wird zugeschaut einer von uns ja es ist alles tragisch was da passiert aber einer von uns hat halt eben nichts verändert ja es gibt ein paar wahl ergebnisse in brandenburg in sachsen da wurde da gehalten gewählt wurde dem letzt ja und dann kommt da irgendwie so ein grüner bundesvorstand parteivorstand die sich dann der pressekonferenz noch gegenseitig auf die schulter hauen so auf die art dass die das doch ganz gut gemacht haben bisher ja ich weiß nicht aus welcher vogelperspektive die das beobachtet haben dass da was gut gelaufen ist wechseln dann so nonchalant ihre parteiführung aus und ja am ende im endeffekt wir sehen es ja auch mit der selbstständigkeit was da an steuern läuft ja was du zahlen musst hier wirst du gemolken natürlich wirst ja auch in anderen staaten gemolken natürlich ja es gibt auch die quasi auch doppelbesteuerung in den vereinigten staaten du hast aber die federal tax dann hast du die state tax ja also das was der bund einmal erhebt und einmal was der staat selber erhebt ist auch sehr unterschiedlich aber ich rede nicht von den vereinigten staaten ich rede von deutschland hier bin ich groß geworden hier bin ich geboren aufgewachsen hier habe ich mich vor einigen jahren noch leben sehen also mittlerweile sehe ich mich halt eben auch in nahe oder ferner zukunft halt eben auch nicht mehr lokalisiert irgendwo noch ich sag mal so wir haben einfach mehrere problematiken die zu dem thema auswandern führen also einmal ist es tatsächlich das thema steuer wegen dem auch viele unserer kollegen einfach ausgewandert sind aber ich muss auch ganz ehrlich sagen ja wir gehören halt zu den akademikern sag ich mal zu den akademischen berufen das heißt ja man hat halt einfach vom einkommen her sage ich mal etwas mehr und es ist wirklich eine frechheit und eine katastrophe was man für abzüge hat und viele sage ich mal akademiker kollegen ob die jetzt ingenieur sind betriebswirt oder sonst was sagen einfach es ist in deutschland immer attraktiv weil man arbeitet gerade in den hohen positionen hat man manchmal wirklich eine 60 70 stunden woche fliegt gefühlt von einem planeten zum anderen oder fährt tausende von kilometern die die mich kennen wissen das auch und letzten endes für was macht man das dass man wirklich keinerlei work life balance hat dass man am ende noch gesundheitlich wahrscheinlich irgendwo irgendwelche körperlichen beschwerden hat weil man zu nichts kommt und hat in allem den höchstsatz egal bei was egal bei welcher steuer egal ob krankenkasse oder sonst was also überall den höchstsatz und das dann noch unter bedingungen wo man wirklich sage ich mal auf dem arbeitsplatz nur nach produktivität und leistung gepeitscht wird was ja noch eine sache ist die man vielleicht aushalten würde aber die aufstiegsmöglichkeiten einfach immer geringer werden und auch das ist was leute haben vielleicht sind haben vielleicht einfach einen studentischen abschluss oder sind akademiker geworden weil sie einfach mehr im leben erreichen wollen und dann möchtest du einfach aufstiegsmöglichkeiten die geht es nicht darum dass du einen job hast es geht auch nicht darum wie viel du verdienst oder so sondern es geht wirklich darum du möchtest eine perspektive an der du wachsen kannst weil deswegen hast du vielleicht das alles auf dich genommen und es wird halt in deutschland immer schwieriger und deswegen ist es oftmals auch ein grund warum sage ich mal die leute auswandern aber der zweite punkt ist was dommer sagt viele sehen das einfach nicht mehr ihre kinder hier in deutschland gut erziehen zu können das eine ist natürlich das thema sicherheit dass man abends nicht mehr auch als egal als frau ob man es ist total egal man kann einfach nicht mehr in ruhe auf ein volksfest gehen man kann nicht mehr in ruhe auf die straße gehen man kann nicht mal einen bahnhof gehen bei uns war gestern eine bombendrohung zwei tage vorher war bei uns hier im dorf anscheinend eine räuberische erpressung ich habe keine ahnung das sind so sachen wo ich mir sage das ist mir halt die sache nicht wert dass ich irgendwo hingehe dass dann am ende eventuell was passieren könnte klar man soll nicht in angst leben man muss trotzdem rausgehen aber trotzdem will ich nicht derjenige sein ja sorry da ist jetzt einfach zu viel passiert aber de facto fängt es ja auch schon bei der schulbildung an über die immer mehr leute klagen dass die schulbildung bei uns einfach eine katastrophe ist ich meine meine mutter ist aus malaysia also wir sind chinesen und wenn ich betrachte meine cousins und cousinen wie die groß geworden sind also was die im kindergarten schon gelernt haben in der schule und 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 also es überhaupt nicht vergleichbar und dann fängt auch schon im kindergarten an wo sich die geister scheiden wie die kindergarten betreuung ist ich werfe jetzt einfach mal das wörtchen golden play rein bitte google selber ja also das ist eine richtige katastrophe wo leute wirklich sagen du also egal wer sagt ich überlege ob ich meine kinder überhaupt in der kindergarten betreuung gebe dann kommt irgendwo auch noch dazu sage ich mal vom gesundheitssystem dass es einfach nimmer das tollste ist also immer mehr leute nicht nur die in anführungszeichen so genannten schurbler die man noch kennt vor vier jahren von corona sondern wirklich immer mehr leute die streffer auch wirklich ganz normal leute die zum arzt gehen die sich beschweren über diagnosen die ärzte stellen über fehldiagnosen über irgendwelche nachwirkungen nebenwirkungen und sonst was also die leute haben wirklich nur nur noch beschwerden und irgendwo nur noch gründe warum sie sagen sie wollen gehen und dann kommen natürlich letztendlich auch dazu dass die rente einfach nichts mehr wert ist und die leute die jetzt in rente gehen einfach wissen naja also sie gehen mit 65 67 in rente leben aber vielleicht noch 20 jahre weil vielleicht sogar länger die es ist einfach so und die rente wird einfach nicht reichen weil so ein pflegeheim kostet einfach im monat dreieinhalb tausend euro und da reden wir jetzt aber nicht von einem luxus resort wo ich mir dann aussuche was ich zu essen kriege und sonst was der leben da reden wir von einem ganz normalen heruntergekommenen altenheim das ich sage das jetzt überspitzt und ich sage das aber weil ich weiß was riecht was keine tollen betreuer hat weil altenpflege muss man ja auch mal ehrlich sein das will keiner mehr machen das machen immer die die gar nichts mehr lernen konnten weil es natürlich auch nicht attraktiv ist und das gehalt auch nicht hoch ist da haben wir einfach wirklich nicht das qualifiziertes zu personal nenne ich jetzt einfach mal das essen ist kantinen essen manchmal werden die leute tatsächlich einfach nur ruhig gelegt und warten da bis es zum nächsten essen geht oder so oder bis der sarg ruft ich weiß es nicht es ist einfach mega erschreckend und die leute die nitten pflegeheim sind die müssen trotzdem irgendwo unterstützt werden und jegliche unterstützung die man nimmt ob das jetzt irgendwie eine hilfe ist beim waschen ob das jetzt eine tagespflege oder sonst was muss man wirklich glück haben dass man da auf qualifizierte menschen trifft die da auch lust drauf haben also ich habe schon von der story hier in deutschland gehört wo jemand im alten heim verprügelt wurde und das ist jetzt nicht nur ein einzelfall und da kommt natürlich auch die angst von vielen dazu dass sie sagen naja ich möchte in der rente einfach gar nicht hier bleiben weil erstens mal reicht mir das geld gar nicht zum leben also ich gehe dann lieber keine ahnung nach timbuktu hol mir ein haus am meer wo es ganz günstig ist was weiß ich vielleicht in philippinen oder sonst irgendwo um einfach da meine letzten tage zu erleben also die gründe der personen und wo die personen herkommen sind wirklich mannigfaltig und das ist schon krass oder ja vor allem also richtig viele themen angesprochen jetzt einfach mal das letzte aufzugreifen wo verbringe ich meine tage meine letzten tage und so die die kommen auf die idee werbung dafür zu machen aktive sterbe sterbehilfe zu leisten wie krass das ist durch die bildung angesprochen wie wir waren denn unsere schulbildung da hat es ja schon es ist ja es ist ja schon ein ding was nicht erst seit 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 letztem jahr verkehrt läuft da hatten sie wir waren glaube ich schon so ein jahrgang wo die erste pisa studie durchgeführt wurde danach noch in der hauptschule bla 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 aber hat sich da irgendetwas geändert also aber und dann auch noch ganz kurz die die doktoren ja dann hörst du dass dich ein doktor nur zweimal im quartal abrechnen kann der braucht dich als patient gar nicht der braucht viele ja dass er dass er verdienen kann das problem an der sache ist einfach die man hat immer gesagt deutschland ist in anführungszeichen des paradies weil klar bezahlen steuern ist immer so das argument aber wir haben ja krankenversicherung wir haben arbeitslosenversicherung wir haben dies dies pipapo rente bla 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 okay also als erstes jahr wir haben eine krankenversicherung meiner meinung nach ist es so kann jetzt jeder sehen wie er will die die wirklich also es ist ja immer prozentual was abgerechnet wird die die wirklich viel verdienen bezahlen auch wirklich viel wenn sie in der staatlichen brei bleiben und freiwillig versichert sind aber ich sage ganz ehrlich ich bin auch freiwillig in der staatlichen geblieben weil einfach die private hat auch einige haken die man erzählt bekommt klar am anfang spart man da vielleicht wenn man nur paar hundert euro zahlt aber wenn der fall der fälle kommt steigt das ganze auch das heißt da zahlt man dann wirklich schon höchst satz für das dass man aber derjenige ist der am wenigsten zum arzt geht weil man gar keine zeit dafür hat so jetzt gehe ich aber zum arzt jetzt jegliche behandlung die ich mache also zahnarzt ich habe ja gedacht ich fahre rückwärts vom stuhl um auf jeden fall hatten wir dann einfach für die kontrolle und ein bisschen bohren und keine ahnung da waren wir beide schon bei paar hundert euro wirklich rechnung so eine zahnreinigung kostet mittlerweile auch 120 euro aber natürlich sollte man die einfach zweimal im jahr mindestens machen dass man gepflegte zähne hat dann unterschreibst du was ich sage ich mal auch gar nicht so verkehrt finde aber wenn du den termin nicht wahrnehmen kannst nicht 48 stunden vorab sagst zahlst du prozentual so viel von der behandlung die du hast ich kann das schon verstehen weil es einfach eine katastrophe ist wenn leute nicht kommen und die leute müssen auch bezahlt werden nichtsdestotrotz gehst du zum augenarzt und willst ein augenscreening kostet das grüner straß screening kostet frauenarzt ultraschall krebsvorsorge kostet alles extra geld dann kriegst du auch nur pauschalaussagen also das heißt in der regel oftmals ist die diagnose einfach nur okay was haben sie da wird nicht nach der ursache gesucht sondern einfach okay sie haben rückenschmerzen ibuprofen das ist irgendwie so das allheilmittel für alles also wenn du wirklich krank bist und wirklich ein problem hast und auf die ursachen skuche gehen möchtest dann musst du zum spezialisten nennt sich der spezialist osteopath zahlst du für eine behandlung weißt nicht erstbehandlung mal mindestens 100 euro nächste behandlung günstiger gehst zum heilpraktiker ist auch der durchschnitt stunde 80 euro aber ohne also ohne dass da jetzt speziell was gemacht wurde aber du musst zu diesen leuten gehen wenn du eine lösung finden willst wenn du aber präparate nimmst musst du dir auch selber zahlen aber es bringt nur was dahin zu gehen weil ansonsten änderst du einfach an deiner gesundheit nichts es wird einfach nur noch schlimmer so das ist jetzt war das eine bildungssystem wenn du jetzt möchtest dass seine kinder vielleicht in einen vernünftigen kindergarten gehen oder eine vernünftige schule da musst du auch geld dafür bezahlen also letzten endes alles das was uns schmackhaft gemacht wurde weil es ja in deutschland quasi gratis ist ist aber heutzutage nicht mehr gratis kostet aber noch mehr geld denn je diese abgaben zu zahlen ja also immer immer mehr zahlen immer weniger leistung ist ja hier quasi das ausrufezeichen aber auch die versprochenen hilfen während der während der letzten vier jahre die versprochen wurden an das pflegepersonal was die jetzt toll bezahlt werden die wurden doch auch alle verarscht ja da wurde auch nichts kompensiert was hat was hat sich denn da geändert neulich wieder ein bericht gelesen der zeitung es werden noch mehr krankenhäuser geschlossen jungs und mädels wenn wollt ihr denn da großflächig veräppeln und ja braucht doch kein links getreter und wie sie alle heißen ne wir haben auch keine gesinnung jedweder art ja die in irgendeine richtung geht mir braucht aber kein links getreter zu sagen das ist aber anders und ich mache jetzt hier kurz meine google suche und ich bin hier beim faktencheck ihr werdet doch auch alle komplett verarscht ja ihr geht doch auch noch in den supermarkt seid ihr komplett banane was die preise angeht seid ihr komplett banane wenn ihr kinder auf die welt gesetzt habt was was das was 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 ihr alles zahlen müsst ja und es ist alles in ordnung also ganz ehrlich wer hatten wir hatten bei euch einmal den mixer in den kopf reingetreten angemacht ne vor allem muss man sich auch mal überlegen wenn man jetzt mal an die mietpreise geht ne also das ist ja eine halbe das ist wirklich mehr als eine katastrophe heutzutage sich entweder eigentum anzuschaffen oder etwas zu mieten beim eigentum fängt es an entweder sind die zinsen so hoch dass man günstiger zwar die immobilien kriegt oder die immobilien sind so hoch weil die zinten günstig sind also egal was ist musst du immer mit einer halben million rechnen und die reicht schon gar nicht mehr dann musst du aber auch gucken in welchem zustand ist das haus ist das alles hier ökonomisch und nachhaltig genug obacht obacht der neueste clou den sie sich rausgezogen haben für junge familien ja die sich entscheiden was zu kaufen die bekommen jetzt einen anreiz alt immobilien zu kaufen mit energieeffizienzklasse fghj keine ahnung ganz abc durch ja die bekommen dann bezuschussung dass die eine alte bestandsimmobilie kaufen und die aufpäppeln aber du brauchst nicht meinen dass da jetzt jemand mit einem goldkoffer kommt mit einer 100.000 mark show ne da wirst du ein bisschen bezuschusst und dann kannst du die immobilie renovieren wo du nicht mal weißt wie ist die substanz überhaupt und 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 ja und wir wollen mal gar nicht von den grünen plänen sprechen ja brauchst du eigentlich ein einfamilienhaus also ganz ehrlich warum wollen wir nicht alle in einer kommune ne aber ganz ehrlich kaufen ist sowas von unattraktiv ich weiß nicht also wir haben uns auch jahrelang damit beschäftigt ähm okay gut dann geht es ans mieten aber fakt ist es werden nur noch irgendwelche komplexe gebaut die anscheinend dann vielleicht super ökologisch sind die sind dann schon so luftig das schimmel entsteht ich weiß es ja nicht ähm aber da kostet so eine wohnung auch bald eine halbe million oder wie die platte in gera so luftig so luftig dass du einfach brutal heizen musst dann kostet einfach so eine wohnung wenn man davon redet so eine wohnung zu kaufen sind wir auch bei 400.500.000 euro und da hast du jetzt aber keine 200 quadratmeter mit acht zimmern sondern reden wir von einer dreizimmerküche badwohnung mit einem mini balkon alle sitzen press auf press also auch das ist unattraktiv aber jetzt wollen wir die mal nicht kaufen jetzt wollen wir die einfach nur mieten wir beide haben wirklich ich glaube fünf sechs jahre die passende wohnung gesucht bis wir eine gefunden hatten weil einfach vom preis her und von dem was wir bekommen hätten die attraktivität eine katastrophe war warte mal ich drehe jetzt richtig auf wir sollen sparen wir sollen uns irgendwie äh 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 einschränken oder ein Auge zudrücken das ist ja das ist eine schöne immobilie wo wir sind aber der traum ist es nicht das dach ist nicht äh isoliert machen wir uns nichts vor ja da dahinter ist gleich die ziegel so aber wenn jetzt so ein bundeskanzleramt was sich der der olaf da neu hinstellt schon über 700 Millionen Euro kostet weil noch irgendeine Brücke der über seinen Teich gespannt haben will und 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 ja aber dir und mir und 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 keine Ahnung Hans Franz da draußen sagt ihr müsst euch aber jetzt mal ein bisschen den Gürtel ein bisschen enger schnallen wir müssen ein bisschen Solidarität zeigen dann sage ich ihr habt doch schon lange aufgehört ihr habt eure eigene Tasche voll gemacht ja die alte Regierung die abgewählt wurde die sind auch alle schön in Gremien verschwunden der FIPSI unser ehemaliger Gesundheitsminister oder was war der Gesundheitsminister der Philipp was weiß ich wie der noch alles hieß ähm oder der 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 Span die sind doch alle abgehauen ja die haben sich alle irgendwo reingepflanzt verdienen dort weiter ja oder haben ja auch schon während ihrer Amtszeit äh im Bundeskanzleramt äh im Regierungsamt haben sie ja auch sich auch schon irgendwo in Gremien reingehuckt ne ja so dann kommen wir mal ähm zu dem Automobilgeschäft ne also da ist es dann so erstmal muss er Glück haben überhaupt noch ein Auto zu bekommen die machen jetzt Strafzölle auf China damit die keine Autos mehr rüberschicken weil die Deutschen so blöd sind also der Witz ist wenn du ein neues Auto möchtest was eigentlich fast keiner will aber da ja auch Gebrauchte oder Jahreswagen nicht wirklich viel auf dem Markt sind da muss er erstmal ein bis zwei Jahre warten bis dieses Auto eventuell dann kommt das hat ja das ist ja DDR-Zeit dann musst du wenn das Kind geboren wird schon dein Trabant kaufen so auf die Art so dann kostet ich hab gedacht ich hab damals wirklich hatte in meinem Leben einmal ein neues Auto ich würde auch kein neues mehr kaufen das ist Quatsch machst du den Schlüssel rum und es ist ne der Wert weg aber ich weiß noch ich hatte einen Peugeot 206 einen Diesel mit war der mit Automatik? ne war noch Gangschaltung aber der hatte ähm Servolenkung alle werden jetzt lachen aber für uns war das noch was Besonderes der hatte einen Heckspoiler einen Sporttankdeckel eine schöne Anlage drin ähm Diesel wie gesagt und den hab ich niegelnagelneu gekauft für 13.000 Euro das ist 206er Peugeot ist ja so ein Kleinwagen vergleichbar vielleicht mit dem A1 ne würd ich sagen wenn man heute so ein kleines Auto kaufen will da fängt es bei 30.000 Euro an und da ist das Ding nackig da ist noch nix mit Sporttankdeckel und Heckspoiler und sonst was ja also das ist ja auch schon wieder ein Witz und dann aber auch hier sag ich mal die also wenn man das Auto finanzieren möchte oder so das sind ja Zinsen ohne Ende aber Fakt ist ja wenn du ein einigermaßen vernünftiges Auto möchtest was auch eine Größe hat wo was reinpasst eine Familie Kinder ein Hund keine Ahnung da musst du einfach schon mal 40.000, 50.000 Euro auf den Tisch legen und das ist jetzt nicht viel Leute da rede ich aber nicht von einem Mercedes einem VW oder von einem Audi da reden wir wirklich von den Tschechen von den Japanern und was weiß ich was es gibt ne ja das soll der Autonormalverbraucher auf den Tisch legen muss es aber mit hohen Zinsen abzahlen also das ist doch auch verrückt ne also diese Automobilphilosophie ich weiß es nicht dann kaufen wir uns in Zukunft alle diese Lastenfahrräder aber da kommen wir dann halt auch nicht weit weil arbeiten gehen soll man ja trotzdem irgendwo noch ne ja oder müssen wir uns dann von dem Wirtschaftsminister erzählen lassen der ein Kinderbuchautor ist das ist No Hate ne No Hate ja ist alles schick ist in Ordnung wenn dann Kinderbücher entstehen ja der dann einfach sagt ja die Unternehmen sind nicht insolvent ja die können halt eben nur nicht zahlen ja die sollen halt eben anders produzieren dann sagt er ja aber VW muss erhalten bleiben alter Kinders was da im Standort Wolfsburg und die das ist ja auch mit der BASF hier in der Pfalz was da das Zuliefergeschäft ne die ganzen Geschäftspartner das ist ja nicht nur die BASF das sind ja auch viele kleine Betriebe in der Umgebung und darüber hinaus sind Europa und europaweit die mit der BASF zusammenarbeiten auch koexistieren und koabhängig sind so weit wird gar nicht gedacht habe ich das Gefühl ne also man muss wirklich sagen bei uns war das hier die sicherste Bank an Arbeitgeber wenn du in Annelina warst dann warst du gemacht die Frau gemacht der Mann dann hast du deine Rente sicher gehabt Betriebsrente noch Prämienzahlungen Gehaltssteigerungen Superkonditionen das war immer das A und O wenn man heute wirklich die Annelina hört die auch wirklich schon 30 35 Jahre dabei sind dann kriegt man tatsächlich einen Schreck einen Schock und sonst was und Dommer hat es auch angesprochen die Lebensmittelpreise wenn ich überlege dass ein halbes Kilo Hackfleisch gemischt ja in der genauso schlechten Qualität wie vorher wie immer ja einfach keine Ahnung 6 Euro kostet wenn es reicht manchmal vielleicht im Angebot 5 Euro ja also es kommt wirklich drauf an also man muss man muss das Angebotsbrätchen immer mehr beäugen immer mehr einkreisen und immer mehr sich danach richten also das ist dann einfach die Frage okay wo führt das alles hin und dann ist es natürlich kein Wunder dass die Leute davon reden ja warum wandert man nicht aus weil das Ding ist ja halt auch klar um Gottes Willen Urlaub ist nicht gleich ich lebe irgendwo also das ist natürlich trotzdem hartes Brot auch im Ausland das ist logisch aber vielen geht es halt einfach um die Atmosphäre weil hier sind wir einfach unter Dauer Bestrahlung von Angst weil überall egal wo ihr die Zeitung aufmacht das Radio anmacht den Fernseher anmacht wird nur Angst vermittelt Existenz Angst 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 dann haben wir den Druck Leute haben einfach den Druck sie müssen Leistung 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 bringen egal wie alt sie sind noch schneller noch höher noch weiter aber noch mit der Hälfte von ach wenn es überhaupt aber vor allem keinen Spaß haben keinen Spaß haben ja also es ist wirklich doch kiffen dürfen wir jetzt keinen Spaß dürfen wir uns erlauben also am Wochenende dürfen wir uns sedieren dass wir nur noch in der Ecke liegen und äh ciao aber nur da wo es dann auch wieder erlaubt ist wo es dann nicht reglementiert wird durch irgendwelche Behörden also dass man gar nicht denken muss und das ist dann kein Wunder ist dass manche Leute sagen ja man hat vielleicht schlechtere Konditionen aber ich bin vielleicht dann einfach in einem mediterranen Klima was vielleicht meinen Knochen einfach besser tut ich bin in einem Umfeld wo nicht alle mega gestresst sind und mega genervt sind sondern ich habe einfach Meeresrauschen habe meine Ruhe auch wenn ich gefühlt nichts mehr dann habe oder nichts habe oder weniger habe aber ich habe meine Ruhe und Ruhe ist sowas wo die Leute sich tatsächlich danach sehnen und ich sage es dir so wie es ist man fängt erst darüber nach darüber an darüber nachzudenken an ihr wisst was ich meine wenn es einem selber betrifft ja jetzt ist ja doch alles so ein bisschen weichgespült so ein bisschen wow und wir schwimmen ja und so schlimm ist es gar nicht und Prognosen dies das aber ich sage es euch wenn ihr nachts abgenascht werdet von irgendjemandem oder irgendjemandem bei euch in der Familie oder jemandem der euch nahesteht und dann macht es so ihr euren Job verliert aufgrund der tollen Energiepolitik in der BRD ja und dann werdet ihr wahrscheinlich auch anfangen anders zu denken aber Leute dann kommt noch eins dazu und das ist dann einfach der Punkt wo ich sage wir sind also ich bin halbes Migrantenkind du bist volles Migrantenkind und andere aus dem Land bis 2007 und andere Migranten sagen dann ey ich bin erst ausgewandert vor 30 Jahren und bin erst in ein Land gekommen jetzt muss ich schon wieder in ein neues Land gehen wieder neue Sprache wieder neue wieder neue Bedingungen und sonst was wieder der Asylant sein oder so dass ich dann irgendwo angenommen werde und wir lachen jetzt darüber aber Leute wir Deutschen sind im Ausland auch Ausländer und die Schweizer die sind super ausländerfeindlich wenn es darum geht dass Deutsche rüberkommen und da arbeiten da werdet ihr behandelt wie hier wie wir zum Teil hier oder wie hier der Türke oder sonst oder der Kroate oder ne ich will jetzt hier nicht rassenmäßig sein also das ist auch nicht immer einfach ich meine meine Mutter kam hierher mit Paaren 20 die konnte kein Deutsch die kam aus einem Land also aus Malaysia die hat dort im Hilton Hotel Hotelfachfrau gelernt das war ein richtig guter Beruf in den 70ern das war das Top Highlight Hotel schlechthin dass es überhaupt gegeben hat in Kuala Lumpur die Hauptstadt von Malaysia da haben zwar die Deutschen noch gedacht da ist nur Dschungel und die Leute leben auf dem Baum aber das Land das weiß man ja heute sage ich besser Asien ist ja viel weiter fortgeschritten und die kam hierher hat mit der Bild-Zeitung Deutsch gelernt weil ich halt immer die Bild-Zeitung Springer Verlag ist nix für mich ich bin da total dagegen und hab dann immer mit meiner Mutter geschimpft den Scheiß den Schund liest du und dann hat sie aber zu mir mal gesagt weißt du dass ich mit dieser Zeitung Deutsch gelernt habe ich hab diese Zeitung genommen mit einem Wörterbuch und so hab ich Deutsch gelernt und ich will euch was sagen meine Mutter kann Deutsch die geht alleine aufs Amt und klärt ihre Papierkram die geht alleine zum Arzt und sonst wo hin also meine Mutter kann sich super gut artikulieren und verständigen klar hat die einen Akzent aber sie kann Deutsch und das ist dann halt so eine Sache wo wir uns einfach früh schon gedacht haben weil wir sind ja mit dem Thema sag ich mal Rassismus irgendwo groß geworden man muss es so sagen also wir waren halt immer so die Außenseiter und die Ausländer und sonst irgendwas auch wenn mein Vater halb also wenn mein Vater Deutsch ist und auch wenn wir hier im Dorf ein Unternehmen hatten eine angesehene Familie waren war das hier im Dorf so aber sobald du das Dorf verlassen hast kannten dich die Leute auch nicht da war ich auch einfach nur ein Ausländer und natürlich überlegst du dir dann frühzeitig ja ey was machen wir wir haben ja jetzt keinen Bock dass wir in zehn Jahren sagen ey es geht gar nicht mehr wir wandern aus und fangen dann auch an als Tellerwäscher und Putzfrau und sonst was weil nämlich die Leute die damals gekommen sind die sind zum Teil wirklich studierte Leute wenn ich an Yasas Mama denke die hat Betriebswirtschaft studiert in Istanbul die hat für den Staat gearbeitet kam hierher und hier war es dann halt nichts mehr also ja also mal abgesehen davon dass wir als als Ausländer immer doppelt so gut sein müssen wie der Deutsche an sich aber da gibt es auf Arte oder auf ZDF in der Mediathek ich bin mir gerade nicht sicher ja natürlich ZDF und ARD was guckst du da aber da gibt es eine tolle Doku über die Türken die in den 50er und 60er Jahren reingekommen sind vor allem in den Jahren 61, 62 mit dem Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerabkommen mit der Türkei richtig interessant ihr müsst euch vorstellen klar es war also nur kurzer Umriss die hatten ein Arbeitsvisum für zwei Jahre für zwei Jahre ja wurden dann aber sei es in Berlin sei es in ganz Deutschland in so ja ich sage nicht Kasernen aber in Wohnheime untergebracht die hatten ganz schlechte sanitäre Bedingungen die hatten kaum Privatsphäre haben immer aus dem Koffer gelebt Integration hat nicht großartig stattgefunden klar es gab diese Deutschkurse wo es dann wo auch gezeigt wurde wo es dann im Klassenverbund dann Sätze nachsprechen Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Pipapo die Uhrzeit nochmal lernen aber die wurden die wurden alleingelassen ja und dann wundern die sich Maikemi dann wundern die sich dass sich Parallelgesellschaften aufgetan haben da wundern die wundern die sich wenn die nicht arbeiten dürfen wenn die Leben lang Asylanten sind und keine Arbeitserlaubnis haben dass die dann irgendwo in der zweiten oder dritten sage ich mal Scheinwelt dann halt eben anders tätig geworden sind das Ding ist heute heute redet man über Rassismus heute redet man darüber ey Domma du bist doch Deutscher Lackumo bist in Speyer geboren was ist denn los ey du bist doch Deutscher Kugelmo katholisch ich bleibe immer der Ausländer so dann das sagt man ach ja komm also uns sieht man ja heutzutage gar nicht mehr Ausländer an aber wie wir groß geworden sind ist einfach ich sag mal aber in unserem Umfeld da nehmen die das gar nicht mehr ich sag das da ich schwöre das kriegst schnell raus das kriegst schnell raus radieren aber auf jeden Fall ist es nicht mehr so wie wir als Kinder waren ich meine ich habe halt auch viele ausländische Freunde und wenn ich überlege meine Freundin hat gerade letztens erzählt und ich meine ihre Eltern sind wirklich sehr sehr angesehen dass sie sich als Kind geschämt hat weil sie einfach ein Gastro-Kind war und ihre Klamotten nach Rauch gerochen haben und sie war bei einer deutschen Familie hat es übernachtet und am nächsten Tag war ihr ein Pullover auf dem Balkon und sie hat sich megamäßig geschämt weil der halt einfach nach Rauch gerochen hat also das Leute ihr das sieht man vielleicht nicht so aber es sind tiefsitzende Wunden was man als Kind so erlebt hat und deswegen sagt auch der Dommer wir werden immer Ausländer bleiben weil man vergisst das halt einfach auch nicht so aber ich wollte jetzt gar nicht auf diese Ausländerschiene sondern ich wollte jetzt einfach darauf hinaus dass für uns einfach wichtig war wenn wir uns etwas aufbauen dass wir uns was aufbauen was wir einfach mitnehmen können weil natürlich keiner Bock hat ich habe so viel oder wir haben so viel in unsere Bildung investiert ich mache jetzt gerade meinen Master habe meinen Bachelor gemacht habe mir auch natürlich einen gewissen Stand Berufsstand Berufserfahrung aufgebaut da hat man natürlich keinen Bock ins Ausland zu gehen dann wie gesagt als Tellerwächer zu Beginn beziehungsweise wenn man dann natürlich sage ich mal einen vergleichbaren Job im Ausland bekommt verdient man aber wahrscheinlich auch nur noch das Viertel klar sind vielleicht auch die Kosten niedriger würde ich aber nicht unbedingt sagen weil wenn man sich mal anguckt die Preisentwicklung zum Beispiel in Kroatien oder auch Ungarn und so weiter die haben ja auch kein hohes Einkommen und die Preise sind ja fast so wie bei uns beziehungsweise zum Teil noch teurer einfach und du gehst ja dann du darfst ja eines nicht vergessen der Kroate an sich zum Beispiel wenn ich jetzt Kroatien nehme der hat ja sein Eigentum dort da zahlt er keine Miete der hat seine Landwirtschaft da hat er vielleicht ein paar Hühner da hat er was weiß ich ein paar Schweine hat ein bisschen Obst also das heißt er ist Selbstversorger aber wir sind ja gar nicht gewohnt Selbstversorger zu sein wir wüssten ja gar nicht wie das geht ich sage euch ganz ehrlich ich auch nicht ich könnte kein Huhn schlachten oder so also würde das ja so gar nicht funktionieren also brauchten wir ja einfach schon vor langer Zeit wo ihr noch gar nicht darüber gedacht habt wo ihr noch über uns gelacht habt brauchten wir ja eine Lösung dass wir uns irgendwo einen Side-Hustle aufbauen oder mehrere Side-Hustle wo man einfach sagen kann hey wenn das morgen sich mega zuspitzt packen wir die Koffer und wir gehen einfach ohne dass wir finanzielle Einbuße haben ne ja genau das ist der springende Punkt nichts dem Zufall zu überlassen aber man muss auch nochmal das nochmal ein bisschen den Bumerang zurückholen das Ding ist ja auswandern zu denken woanders kann es besser sein wird es besser sein kann es sich anders entwickeln guck mal wie viel muss in einem Land verkehrt laufen aber wir haben jetzt hier keine Kriegssituation toi 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 und Glück 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 ja aber wie viel muss hier laufen dass du in Erwägung ziehst wegzugehen ja es gibt Statistiken dass Hunderttausende jedes Jahr also an Leistungsträgern die wirklich was erwirtschaftet haben die in die Kassen eingezahlt haben die auch Führungspersonal sind meinetwegen oder halt eben produzierendes Gewerbe Hunderttausende Menschen die jedes Jahr jetzt abwandern und sagen ey ich such mal Glück woanders oder auch wo ich groß geworden bin gab es viele Ausländer Aussiedlerrussen also die Deutschrussen die dann wir waren in der fünften sechsten Klasse und dann irgendwann in der siebten achten Klasse sind einige Familien nach Kanada ausgewandert ja haben sich dort ein schönes Stück Land geholt pipapo weil dort auch andere Anreize gesetzt wurden ja also ich finde bevor ich ein Land verlasse also warum gibt es denn warum werden nicht die Möglichkeiten ergriffen es hier besser zu machen ohne dass ich überhaupt in Erwägung ziehen muss gehen zu müssen ja allein was im Ahrtal gelaufen ist was da zugesichert wurde was die Presse dort war ja wo der Wahlkampf war der Olaf wie sie alle hießen ja wie hieß der aus Berlin der andere ich weiß es gerade nicht mehr der andere Kandidat ja die dann beim Lachen und beim Witze machen erwischt wurden Ahrtal wurde im Stich gelassen ja ähm Gelder werden ins Ausland geschleust egal wie die Abkommen alle heißen was da ausgemacht wurde wir bauen Fahrradwege in Peru oder in Chile äh wie das Ganze heißt ich bin da auch nicht ganz so belesen ähm ja und die Leute hier im eigenen Land werden alleingelassen ja und denken halt die werden am langen Arm verhungern gelassen ja und die denken ähm ich gehe ich gehe bevor das Schiff komplett gesunken ist ja also ich meine de facto muss man ja auch mal eins sagen ähm also natürlich fühle ich mich als deutsch auch wenn mich der Deutsche vielleicht als Ausländer sieht aber ich bin hier geboren mein Vater ist deutsch ich bin hier in dem Dorf groß geworden auch in einer ähm als situierten Familie hier ähm und ja ob es euch passt oder nicht ich bin deutsch und ja ich kämpfe auch dafür dass das hier einfach irgendwo sag ich mal besser wird aber nichtsdestotrotz ist es halt so dass viele sage ich mal in Anführungszeichen wie wir Ausländer die einfach hier geboren sind sagen das ist unser Heimatland ne ich meine klar ist Domagoj Kroate und klar ist es natürlich einfacher weil er kann auch ein bisschen kroatisch hin und her und tralala aber dort ist er ja auch nur der Ausländer genauso wie ich in Malais ja auch nur die Weißhaut bin ich bin ja da nicht mit einem offenen Arm willkommen juhu ne also von daher es ist nicht alles Gold was glänzt wir haben schon viel von der Welt gesehen aber de facto wichtig ist auf was wir eigentlich hinaus wollten auf was ich hinaus will was mein Appell ist bitte Leute macht endlich die Augen auf sucht euch einen Job wo ihr einfach auch wenn ihr jetzt gestresst seid und eure 8 Stunden arbeitet bitte Leute ihr seht die ganzen Alarmzeichen guckt ins Internet es gibt so viele und es nimmt immer mehr zu wahrscheinlich seid ihr schon genervt von den Leuten die erzählen hey komm in mein Business es gibt eine Möglichkeit es gibt so viele Möglichkeiten da draußen online sein Geld zu verdienen ob du jetzt gern Versicherung machen möchtest Trading Immobilien Vertrieb wie wir Produkt oder Produktvertrieb oder was weiß ich ob du jetzt lieber Direktvertrieb möchtest ob du überhaupt Online Marketing machen möchtest weiß der Geier eine Software verkaufst oder sonst irgendetwas aber es gibt so viele Möglichkeiten einfach online zu arbeiten und wenn du jetzt noch nicht die Chance ergriffen hast und immer noch am überlegen bist soll ich soll ich nicht was sagt mein Nachbar was sagt dann mein Umfeld was sagen meine Saufkumpan dann hast du ein massives Problem das will ich euch einfach nur ans Herz legen natürlich kommt alle zu uns hört euch die Möglichkeit an weil es ist das Beste was es gibt aber darum soll es gar nicht gehen sondern es geht einfach darum dass ihr die Augen aufmacht und für euch das Beste findet wie gesagt hört es euch alle mal an vielleicht ist es für euch auch das Beste wie für uns aber wie gesagt ihr müsst etwas tun weil es wird immer schlimmer und auf was wartet ihr noch also wie schlimm muss es noch werden ganz ehrlich wir kennen so viele Leute die selbstständig sind nach wie vor also die es geschafft haben nach Corona noch selbstständig zu sein wir kennen aber auch einige die ihre Selbstständigkeit in Corona verloren haben die haben alle im letzten Jahr bitterböse Briefe vom Finanzamt bekommen dass sie ihre Corona-Hilfe zurückzahlen müssen und zwar nicht in Raten oder können wir mal sprechen wie wir es vereinbaren sondern zack Brief ist gekommen fünfstelliger Betrag bis zum 30. sofort überweisen oder 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 und so weiter die Leute können das gar nicht ist ja logisch weil die mussten ja ihr Geschäft erstmal wieder aufbauen egal was die für ein Geschäft hatten ob das jetzt Friseure und 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 sonst was sind und die sind jetzt alle beim Anwalt weil sie es einfach nicht zahlen können oder jetzt überlegen müssen ihr Geschäft zu schließen weil sie das einfach nicht nachzahlen können und das ist sowas von krass und sowas von eine Verarsche also es ist unfassbar einfach ja natürlich hört sich das bei uns alles an irgendwie wie viel Stammtischgelaber und wo ist die Evidenz und Fakten nimm deine Fakten schieb sie dir in dein Podex prüf was du prüfen willst also jetzt würde ich mal was sagen was für ein Stammtischgerät das was wir erzählen sind Dinge die uns wahre Menschen in Fleisch und Blut erzählt haben ja aber wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Internet-Rambos ja die schon wild in die Tastatur hauen möchten ja das ist ja gar nicht so es ist so es ist das reale guck mal die verkaufen dir eine Inflationsrate von 2-3% sehr einfach mal den Gesamtzusammenhang seit den letzten 4 Jahren was da die Inflation ist weil das sind die realen Zahlen und nicht was sie jetzt mal kurz in einem Warenkopf für dich umgerechnet haben über ein Quartal oder irgendwas ja die Preissteigerungsrate ist enorm die geht an jedem dran an keinem vorbei und jeder muss da in die Tasche greifen ja und wer halt eben sagt oh das ist aber anders bitteschön das ist deine Wahrheit meine Wahrheit okay Rambo fang an zu klimpern aber besser wäre es du würdest mal klimpern was du nebenbei noch machen kannst dass du nicht mit Sang und Klang untergehst einfach sagen hört auf euch freiwillig zu sedieren ja ihr könnt feiern gehen ihr könnt natürlich Spaß haben dies das aber trinkt mal Feierabend Bier weniger kümmert euch darum ihr könnt euch mit uns in Verbindung setzen ihr könnt euch weiter weitere ihr könnt euch andersweitig informieren wie gesagt es gibt tausend Sachen da draußen aber macht was ich kann euch nur ich habe vor sieben Jahren schon gesagt macht was ich weiß dass keine Ahnung ganz viele Leute da draußen uns ausgelacht haben oder gedacht haben die kriegen Hals nicht voll genug die arbeiten schon 17 Stunden dann arbeiten die noch in ihrer Freizeit oder sonst was aber meint ihr wir hatten nie was besseres zu tun meint ihr wir hatten Lust immer nur zu buckeln zu arbeiten für nix wir haben das einfach kommen sehen wir haben es wirklich kommen sehen und ich bin froh dass wir es ergriffen haben aber jetzt wird es ernst und es ist aber für niemanden zu spät also man kann hier wirklich das Ruder von heute auf morgen rumreißen man kann sich hier was aufbauen ich meine klar es benötigt Arbeit es ist nix zum chillen und es ist nix huhuh bisschen cool hier ins Mic sprechen das ist genauso Arbeit wie deine Arbeit die du da draußen hast es ist noch härtere Arbeit weil du wirst halt auf diese Rambos treffen die es immer besser wissen die dich belächeln die dich auslachen die dich beschimpfen vielleicht sogar aber das muss dir einfach egal sein weil du machst es du machst es für dich für deine Familie für deine Zukunft für deine Rente für dein Alter und vielleicht für deine nicht nur Traum sondern für dein Muss dass du vielleicht mal das Land verlassen musst und woanders hin musst also du machst es einfach für dich und es ist einfach Fakt dass jeder da jetzt dringend mal die Füße in die Hand nehmen muss und was tun muss Amen jetzt haben wir schon eine dreiviertel Stunde Folgequatsch mach was nicht nur für dich für deine Rente vielleicht hast du auch Kinder Enkelkinder vielleicht willst du dich auch um die kümmern um deine Liebsten um deine Ängsten das ist nicht immer nur der eigene Porex ansonsten war das jetzt also stopp wenn es dich interessiert was wir machen wie gesagt dann melde dich gerne dann lassen wir die Infos lassen wir dir ganz unverbindlich zukommen wir können uns auch mal unterhalten gucken ob wir zusammenpassen aber ja mach was genau in diesem Sinne noch eine rechtliche schöne tolle Woche mit viel Motivation viel guter Laune viel guter Nachrichten Gesundheit und 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 bleibt uns gesund bleibt uns stabil bis zum Donnerstag bis zum Stammtisch der richtige Pfälzer Stammtisch und ja bis dahin ciao